Mario Genta war ein italienischer Fußballspieler und Trainer. Während seiner aktiven Laufbahn spielte Genta defensiven Mittelfeld 1938 wurde er mit Italien Fußball-Weltmeister. Karriere Mario Genta begann seine Profikarriere in seiner Heimatstadt bei Juventus Turin, wo er am 18. Juni 1933 bei der 2-3-Niederlage beim CFC Genua sein Serie A-Debüt gab. 1933-34 stand er zwar im Kader der Juve, absolvierte aber kein offizielles Spiel. Dennoch konnte er mit dem Klub in beiden Spielzeiten den Gewinn der italienischen Meisterschaft feiern. Nach einer Spielzeit bei der AC Pavia in der Serie B wechselte Genta zur Saison 1935-36 zu CFC Genua, wo er bis 1946 unter Vertrag stand und Leistungsträger war. Bereits in seiner ersten Spielzeit konnte der Turiner mit diesem Klub die Coppa Italia gewinnen. Obwohl er vorher nie ein Länderspiel bestritten hatte, wurde Mario Genta von Nationaltrainer Vittorio Pozzo 1938 in den Kader der italienischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Frankreich berufen. Er absolvierte bei diesem Turnier zwar kein Spiel, konnte aber trotzdem den Gewinn des WM-Titels feiern. Sein Debüt in der Squadra Azura gab Genta erst am 26. März 1939 beim 3-2-Sieg in Florenz gegen Deutschland. Danach folgte nur ein weiteres Länderspiel. 1946 verließ Mario Genta Genua in Richtung AC Prato, für die er bis 1950 in Serie B und C spielte. Nach seiner Spielerlaufbahn arbeitete Genta als Trainer U. A. beim AC Parma, dem CFC Genua, der US-Croseto und Lazio rum. Erfolge Italienische Meisterschaft 1932-33, 1933-1933-34 Coppa Italia 1935-36 Weltmeister 1938 Weltmeister